Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu einem kurzen Markt-Update. Der S&P 500 wurde gestern zurückgeworfen. Der Index konnte einen wichtigen Widerstand, nämlich das vor Wochenhoch, nicht knacken. Schauen wir uns das mal genauer an. Denn Risiko und Weiß gibt es natürlich wie immer vorab. Der Handel mit CFDs, der ist mit gewissen Risiken verbunden. Dessen sollten Sie sich bewusst sein und ich möchte an dieser Stelle betonen, dass ich keine Handelsempfehlung ausspreche. Legen wir direkt los. Ob die Erholung fortgesetzt wird, entscheidet sich natürlich am jüngsten hoch. Der S&P 500 konnte das vor Wochenhoch bei 4.053 Punkten nicht durchbrechen. Es kam zu einem Fehlausbruch. Schauen wir uns mal die Reaktion im 5-Minuten-Chart an. Es gab zuerst den Erholungsversuch, dann den Rückschlag, was erstmal kein Problem ist. Aber am Ende konnten sich die Bullen nicht weiter durchsetzen. Es gab Tiefgehuchs und am Ende auch eine sehr schöne Reaktion bei der gestrigen Sitzung. Der Rücksetzer und dann mehrere Abpraller. Der Markt wurde abverkauft und dann gab es nochmals weitere Abwärtsimpulse. Warum ist die Umkehr, die ich gerade beschrieben habe, am Vorwochenhoch so unglaublich wichtig? Die Umkehr ist nicht nur ein kurzfristiger Wendepunkt, sondern auch ein Zeichen dafür, dass dieser langfristige Abwärtstrend fortgesetzt werden kann. Das ist die übergeordnete Struktur. Aktuell haben wir eben einen Abwärtstrend und im Abwärtstrend will man eben die Hochpunkte nutzen, um den Markt wieder abzuverkaufen. Und was haben fast alle Bewegungen gemeinsam, bevor der Markt eben stärker fällt? Es kommt zu einem Fehlausbruch. Wir haben hier einen schönen Fehlausbruch. Hier ein weiteres Beispiel. Hier konnte man zwar nicht anknüpfen, aber es gab zumindest eine stärkere Abwärtsbewegung. Fehlausbruch, Fehlausbruch und hier gibt es eben auch noch weitere Beispiele. Das Tief aus dem Jahr 2022 bei 3.502 Punkten sowie die ganzen Zwischentiefs der Aufwärtsbewegung sind jetzt potenzielle Kursziele. Das heißt, das Ganze kann abgearbeitet werden und um den Abwärtstrend zu bestätigen, müsste eben dieses Tief hier unten geknackt werden und dann könnte der Index sogar in Richtung 3.225 Punkte fallen. Wir wollen aber auch nochmal die bullische Seite besprechen. Und zwar im Tageschart gab es einen Fehlausbruch, dann den Anstieg über wichtige Widerstände und jetzt gibt es eben den Rücksetzer beziehungsweise aus bullischer Sicht eben die Korrektur. Ein Ungleichgewicht am Markt und ein wichtiges Tief hier unten. Wir haben also eine wichtige Zone erreicht und hier wird es sich jetzt entscheiden. Entweder sehen wir in den kleineren Zeiteinheiten wieder eine bullische Struktur oder der Bereich hält eben nicht und dann könnten die vorhin genannten Ziele erreicht werden. Lasst gerne einen Daumen da und abonniert. Mehr Analysen gibt es in meinem Video von heute Morgen. Den Link finden Sie wie immer unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal und viel Erfolg heute.